Was glaubst du denn, wer sich seit zwei Jahren um Frede Stiftung für die Opfer des Börsencrashs aus seinem Yachtclub kümmert? Nur weil ich einen wohlhabenden Mann geradet habe? Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattelimporteurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. In einer hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz. Hat er das eigentlich vermietet? Ich bin in der Schweiz. Das war die Frau. Ich bin in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Du hast Angst. Ich bin in der Schweiz. Untertitelung des ZDF, 2020